Skateboard-Star, die mit den beiden Rollen an den Seiten da, Hoverboard, da ist er ja auch schon mal mit auf die Bühne gedonnert, also der hat immer irgendwas im Petto, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was Devin Peterson jetzt macht, was kommt? Der trifft auf Darren Webster, den Demolition Man, hier haben wir Devin Peterson, der post ja jetzt schon. Alle Frauenherzen sind auf Reise. Das war's. Es geht nicht, das ist mindestens eine 180 von Devin Peterson. Und das ist auch Darts, ein bisschen Selbstentertainment, ein bisschen einfach mal laufen lassen, die Musik und dem Jungen ein bisschen den Raum geben, sich da auch mal zu zeigen und nicht nur mit Darts in der Hand. Der African Warrior, Devin Peterson, immer ein Auge wert. Nun kommt die kleine Abrissbirne, der Demolition Man, Devin Rapstar. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Demolition Man, Devin Rapstar, hat ein richtig gutes Jahr hingelegt. Der hat seinen ersten Pro Tour Erfolg gefeiert. Der stand im Viertelfinale des World Matchplay. Und er kann auch so ein bisschen mit dem Spiegel spielen. Das kann auch der Demolition Man. Wir sind in 25 Sekunden wieder da.